Ja ne ist klar und du kommst damit wieder durch, ne? Joa, stumpfes Trump weiter. See you later. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir spielen heute wieder mit der Jatze. Und ein bisschen haben wir das Spiel ja verstanden. Ne. So ein bisschen. Auch nicht ein bisschen. Also wir wissen zumindest was wir machen. Müssten. Hier war ne, hier ist ne Ratte. Und, äh, ja. Das einzige was ich noch nicht durchgeblickt habe sind die Perks. Das habe ich nicht aufgepasst, ey. Ich repariere mal einen Jen. Ich bräuchte mal was, dass ich den schneller reparieren kann. Ach nö, warum kommt der immer zu mir? Weil ich so blöd bin für das Ding hier. Hast du, ähm, den Jen explodieren lassen? Pst. Jetzt kommt er her oder was? Fuck. Lauf weg. Ah! Oh, scheiße, nein. Jetzt hast du mich erschrocken. Da habe ich aus Versehen die Leertaste gedrückt. Wie kacke. Ich hasse dieses Spiel. Das ist doch einfach scheiße, ey. Ey, ich habe hier schon fast ne halben Jen repariert. Ja, schön. Ich hätte auch, wenn ich nicht so blöd war. Ich habe richtig blinke Finger, du. Nee, das ist scheißegal. Ich will der Killer sein, ey. Ich gehe hier ständig drauf. Ich will der Killer sein. Dann kann ich nicht sterben. Oh, der war ja, der, oh, war der nice. Willst du dich denn selbst wieder abhängen oder sollen wir dir helfen? Ich habe jetzt nicht geguckt, wo du hängst, weil ich mich hier voll konzentriere auf den Jen. Achso, doch, ich kann es sehen. Habe ich da einen Perk für? Ein paar reingeschmissen, habe mir die aber nicht durchgelesen. Mann, leck mich doch, ey. Du bist nur noch Half-Life. Versuch dich am besten nicht selbst zu retten. So, jetzt hat die mich gerettet, damit ich gleich wieder geschnappt werde oder was? Oh, das ist schlecht. Du darfst nur dreimal hängen, beim dritten Mal bist du tot. Ja, schön. Ich bin ständig tot. Okay. Der Killer ist scheinbar bei euch noch. Der trägt irgendwen. Oh, leck mich doch, ey. Ey, dieses behinderte Spiel, ne? Warte, warte, warte. Der Killer ist bei mir. Ja, schön. Bei mir ist er auch gleich wieder. Was sind denn das für hässliche Krähen hier? Verpisst euch. Der Killer ist gerade weggegangen. Mann, verpisst dich doch. Was ist das? So, bist du das hier? Hänge ich dich gerade ab? Nein. Achso, du hast ja gar nicht gehangen eben. Alter, ich dreh gleich am Sender hier. Was ist denn das für eine Pisse? Mann, leck mich doch. Will der Killer sein? Ist der Killer noch bei dir? Alter, das gibt's doch. Ich bin tot. Hast du schon dreimal gehangen? Ich bin tot. Nein, ich hing das zweite Mal. Ich bin tot. Jedes Mal, wenn ich versuche, diesen Scheiß da heile zu machen, das mache ich nicht mehr. Ja, aber wir müssen das machen. Ja, ist mir doch egal. Ja, aber für... Ja, oder? Mich schnappt... Ja, toll. Mich schnappt er die ganze Zeit, ey. Oh, voll nice. Ja, ich bin schon wieder tot. Jetzt kann ich wieder... Invisible, Alter. Invisible. Ich bin unsichtbar. Like a ninja. Ja, das ist egal. Ich kann wieder zugucken, wie hier gespielt wird und ich sitze hier dumm rum. Ja, guck mir zu, dann lernst du was. Ja, voll bescheuert, das Spiel, ey. Aber hast du gesehen, wie ich like a ninja abgehauen bin? Ja, like a ninja, ey. Boah. Shit, fuck. Nein, oh, ich war voll unkonzentriert. Jetzt habe ich Höhenflug. Ich bin die ganze Zeit. Ja. Killer. Ich bin genauso hol. Nein, 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 Killer war da. Gehe ich da rein? Okay. Ich hoffe, der Killer ist genauso unerfahren wie ich und guckt hier nicht. Die war doch... Die war doch eben da an der Ecke. Ah, ja, sie ist unsichtbar. Das kann die doch nicht... Nicht gehört haben, dass das Ding zweimal Puff gemacht hat. Die ist gerade bei irgendwen anders. Bei irgendeinem Aldi, Aldi wird doch immer wieder heiß. Ja, der spielt eh schlecht. Der lag schon ein paar Mal. Schön. Ich bin schon tot. Nur Loser wurden schon vom Klage schnappt. Das ist ja echt. Das ist nicht lustig. Ich spüre es einfach dumm. Nein, es ist nicht. Guck dir an, was für ein Genius ich bin. Ja. Guck dir an. Wenn da einfach kackst, kannst du nicht. Look at me, alter. Bei Phasmophobia ist wenigstens noch lustig. Ah, und ich. Finger Tourette. Aber ist der... Oh shit, jetzt habe ich schon wieder woanders hingeguckt. Das ist so schlecht. Ja, ein bisschen dumm bin ich schon. Ist der Aldi da schon tot? Ne, ne? Ne. Doch. Doch. Das ist ja frech. Was ist denn da ganz frech? Keiner hat ihm geholfen. Ja, er hing jetzt dritte Mal, oder nicht? Ich hing auch nur das zweite Mal und bin draufgegangen. Ja, du hattest... Ja, weiß ich auch nicht. Kein Leben. Ja, vielleicht kriegen wir das mal hin, dass du der Killer bist und ich bin trotzdem Survivor. Ich würde gucken, ob ich dich verarschen kann. Als Killer spielst du auch nicht Third Person, sondern Ego Perspektive. Als Killer spielst du nicht in der dritten Sicht, also so externe Sicht, sondern in der Ich Perspektive. Ja, der macht das, wie ich das nächste Runde mache. Hä, wo ist der? Ich bin... Seit wann? Oh, das ist ja kacke. Ja, ich bin Pro-Gamer, Alter. Ich muss ja nur die Luke... Die Krähe verrät dich gleich erst mal. Ach, Krähe Schmähe. Irgendeine... Irgendwas stöhnt hier. Ja. Ist das... Noch nicht ganz tot. Hä? Die ist nur verwundelt. Aber der steht durchgestrichen. Ist durchgestrichen. Hey. Ja, nee, ist klar. Und du kommst damit wieder durch, ne? Ja. Ey. Stumpes drum weiter. Die Leder. Ich laufe meinen Arsch die ganze Zeit ab und die kommen mir hinterhergelaufen. Ja, ich kann ihr aber nicht helfen jetzt. Außer sie hängt den Killer ab und findet mich. Ja, aber dann ist die andere doch auch nur verwundet, oder nicht? Bei dir ist ja auch nur durchgestrichen da so. Ja, ist... Die schreit gerade. Aber du hast einen toten Kopf. So, ich brauche... Die andere nicht. Nö, die andere nicht. Der Jen läuft. Hallo. Mechaniker hier. Gibt es hier noch einen Keller? Ich habe hier noch keine Treppe gesehen. Der Jen läuft auch. Aber dieser Adi, der muss ja auch mal langsam tot sein. Ich weiß nicht, wo der ist. Ah, wenn die im Keller sind, alle. Weil er... Erdschlag. Der Killer ist hier irgendwo. Gott sei Dank bist du auch gleich mal dran, ey. Oder auch nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Da ist irgendwer rumgelaufen. Achso, der läuft ja vom Killer weg. Du mieses Schein. Nein, ich dachte stumpfes Trupp, aber dann habe ich... Dann habe ich gefett fängert. Ja, lauf mal schon in den Keller. Ey, wie stinkt man denn? Mit Leertaste. Wie komme ich hier weg? Ich habe mich verlaufen. Nee, wie war man? Ja, ich habe halt nichts gefunden. Irgendwie eine Palette zum Umschmeißen oder so. Aber... Hast du A und D die ganze Zeit drücken? Ja, aber... Aber das schaffe ich eh nicht, mich zu befreien, bevor ich hänge. Hier ist ja gleich der Haken. Ah, hier, guck mal. Die heilen sich da hinten. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal blöd gelaufen. Er heilt sich. Ich habe es halt auch nicht drauf mit den Killer ausspielen, weil ich noch neu bin. Au, sch. Das tut so weh. Soll ich es noch einmal versuchen? Ja, dann kommen die Dinger auf dich zu. Ja, schön. Was muss ich drücken? Ich, ich, ich spamm das hier. Bitte. Keine Ahnung, ich drücke die Maus, ich drücke alles. Hilf mir, Buddy. Ab jetzt bist du mein bester Freund. Komm hier mit. Ich habe länger survived als du. Komm hier in die Ecke. Genau, heile erst mal mich. Ich höre den Killer. Killer, Killer, Killer. Es tut mir so leid. Genau. Er hat sich für mich geopfert. Ja, irgendwie alle. Ich kam nicht mehr weg. Nein. Ich dachte, der hebt den anderen auf. Ich denke, warum wird der nicht aufgehoben? Ich habe nicht gedacht, dass der mir hinterher gelaufen ist. So ein Schwein. Komm schon, Lia. Kriech zur Luke. Du schaffst es. Tja. War aber eine gute Runde, Dead by Daylight. Also muss man schon zu... Ja, komm. Ich bin Anfänger, Alter. Ich spiele den jetzt die nächste Runde. Die nächste gute Runde habe ich den ausgespielt. Ich bin wie der Oberloser. Im Spiel bist du auch nicht gut, ne? Ne, die nächste Runde habe ich auf jeden Fall den Killer mal ausgespielt. Und das werdet ihr sehen. Wenn ihr wieder einschaltet. Bei Dead by Daylight. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.